Das ist ein Shoutout für die Kollegen vom Rap Stammtisch Mannheim. Die haben demnächst auch wieder ein geiles Event und zwar... Im Kulturbrücken, am 27.2. Im Jungbusch. Die Kollegen machen da eine coole Cypher mit Open Mic und dann immer noch drei Local Acts. Zwischendurch, wie gesagt, Open Mic Action. Stepdarts Open Mic zeigt, was ihr drauf habt. Und ich lege ein gutes Wort bei meinem Homie für euch rein. Wir sehen uns. Bis dann. Kommt vorbei. S S S S S S S S S Vielen Dank.